Hallo zusammen, hier ist wieder heute Land, für euch wieder für euch in Dragonflight unterwegs. Uns wollte ich heute wieder so einen kleinen Toll-Guard präsentieren. Heute geht es um ein schickes Toy, das wir uns in Patch 10.1.5 erspielen können. Und zwar haben wir hier den Welpen an der Leine. Und für dieses Spielzeug müsst ihr ein Achievement absolvieren. Und zwar schimpft sich das Achievement Krippenkarambolage. Und dafür müssen wir an insgesamt 5 Rennen erfolgreich teilnehmen. Und zwar an der Krippe Kleinschuppe. Und die befindet sich einmal in Valdracken auf den Koordinaten 12.58. Und hier ist es so, dass wir uns ein paar Dailies quasi freischalten können. Und ja, die starten immer bei diesem blauen Drachen hier. Und da fliegen wir einfach Drachenrennen. Es gibt 5 verschiedene. Und diese 5 verschiedenen Drachenrennen kommen alle paar Tage. Ich glaube alle 4 Tage kommt ein Drachenrennen. Und die wechseln dementsprechend sich ein bisschen ab. Es gibt nämlich hier ein paar verschiedene Drachen, die wir uns freischalten können. Und zwar ein paar Welpen. Und darüber müssen wir die Questreihe hier einmal spielen. Jeden Tag können wir ein paar Quests spielen. Und alle 4 Tage schalten wir einen neuen Drachen frei. Heißt, wir müssen jeden Tag diese Quests hier einmal spielen. Um dementsprechend mehr Drachen frei zu schalten. Und dann können wir alle 4 Tage ein Drachenrennen bei ihr hier bekommen. Mit den jeweils 9 Drachen. Heißt, es wird ja bis zu 20 Tage dauern, wenn ihr das jeden Tag absolviert. Dass ihr dementsprechend alle Rennen einmal habt. Und wenn ihr alle einmal geflogen seid, dann kriegt ihr dementsprechend das Spiel zurück. So weit, so gut. Ich würde sagen, wir lernen das jetzt mal. Und schauen uns dann den Welpen an der Leine einmal an. Und zwar Welpe an der Leine. Es ist übrigens ein Hidden Toy. Also das ist nicht drin, wenn ihr quasi das noch nicht gelernt habt. Ah, seht ihr das? Wir schweben jetzt hier so ein bisschen. Was passiert, wenn ich da runter... Schwebe ich dann auch? Schauen wir mal. Ah ja, ich kann da sogar langsam runtersegeln. Das ist ja cool. Gut, das habe ich jetzt nicht zu Ende gedacht, weil der Cast läuft gleich aus. Und dann sieht schlecht aus. Aber das ist quasi ein Toy. Ähnlich wie diese Sonnenschirme, wo wir dann einen Slowfall haben. Was eigentlich eine ganz coole Angelegenheit ist. So, jetzt versuche ich mich gleich mal zu retten hier noch. Wir wollen jetzt nicht unbedingt sterben. Aber tatsächlich ein nutzvolles oder nützliches Toy, was auch noch cool aussieht mit diesen 5 Drachen. Und hat sogar ein bisschen Hintergrund. Gut, wir können das Achievement ja nur absolvieren, wenn wir alle 5 Drachen freigeschalten haben. Und das sind auch genau diese, die uns jetzt da gerade rumgeflogen haben. Ich kann es euch mal einmal zeigen. Und zwar sind es quasi die Drachen, die man hier freischaltet. Das ist einer vom Bronzenen Drachenschwarm, einer vom Blauen, dann einer vom Schwarzen, einer vom Grünen. Und den letzten haben wir irgendwo hier oben. Moment, wahrscheinlich habe ich mich überblättert. Ah, da haben wir ihn. Genau, einer vom Roten. Das sind leider keine Kampfhaustiere, aber zumindest normale kleine Pets, die ihr einfach auspacken könnt. Und mit dem Toy habt ihr es dann auch noch als, ja, quasi Slowfall Toy. Gut, das war es mit dem kleinen Toyguard. Hat mich gefreut, dass er dabei war. Sollten Fragen offen geblieben sein, schreibt sie gerne in die Kommentare. Ötila, bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis zum nächsten Mal. 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 Untertitelung des ZDF, 2020